So, da sind wir wieder zurück. Ich hoffe ja, dass ich diesen Kopfgeld-Einsatz-Seiten trotzdem erledigt habe. Auch wenn ich jetzt hier wieder von vorne anfange. Genau, da habe ich geguckt, da bin ich doch hier durchgelaufen. Ja, hier ist keiner mehr. Okay, der Auftrag ist auf jeden Fall erledigt. Markiert hatte ich, glaube ich, den Punkt hier. Das ist eine alte Spur, wie ich mir schon gedacht habe. Wo ist das Schwein? Der muss doch hier oben irgendwo sein. Wenn der mich die ganze Zeit gesehen hat. Da kann man nicht vorstellen, dass der einfach so auf dem Gerüst liegt. Das ist eine ganz erteile. Das ist richtig. Gut. Okay. 225 Meter Ich weiß aber jetzt nicht, ob das jetzt der Scharfschützer war, aber... Da ist wieder eine hässliche Kamera... Komm, markier die... Super, DS4 sind schon mal weg... Gut... Tja, sollte ich das langsam angehen, oder sollte ich die beiden lieber gleich ordentlich wegratzen... Und dann ist das Auto erledigt... Hmm... Oh... Oh... Oh, der Rest ist mir erstmal egal... Oh... 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 Da ist das Kamera. Oh, was loben hier gerade rum? Hallöchen. Uh, ich bin schon wieder viel zu schnell. Was soll der Quatsch, Alter? Aber hier muss noch irgendwo ein Scharfschütze stehen, den ich immer noch nicht gefunden habe. Wo steckt das dumme Schwein? Wo ich weg gelaufen bin, war es genau hinter mir. Also muss ich hier irgendwo rum krepeln. Ich versuche nochmal hoch zu gehen. Oder wieder da hinten irgendwo, wo ich den... Oh, der hat sich so gut getarnt, dass man den nicht sieht hier. Oh, der hat sich so gut geht. Ja, ja, ganz ruhig, Jungs. Da hab ich mir gesehen. Hä, hier kann man grad einen Schuss her. Da ist das Schwein. Ihhh, die hat sogar die Zunge draußen gehabt. Hahaha. No. Wir haben die Begründung, über! Sierra 1 zu Base, wir können die Hostile sehen, klar! HQ, wir haben die Augen auf Tango, klar! Ja, ja, du mir auch! Noch 20 Schuss! Oder ich mach jetzt hier... Einer runterrutschen! Nein, nein, das mach ich nicht! Okay, da unten hab ich immer noch einen nicht gesehen. Kopfhundern! Warte! Der steht genau hinter der Kissen, ne? Hm... Hm... Theoretisch hab ich noch zwei rote Punkte hier auch im Radar. Oder drei. Also ich denke mal, ich muss jetzt wohl übel rüber. Also ich denke mal, ich muss jetzt wohl übel rüber. Okay, da ist noch ein Strafschutz irgendwo. Der nicht. Abhund, gib nicht! Aber hier war eben gerade noch ein Scharfschutz, ne? Nein! Und jetzt ist noch ein Scharfschutz. Ja, ich glaube, ich habe auch die Schlossschutz-Royer, Ja, ich bin ja auch ein Scharfschutz. Okay, ich bin ja auch ein Scharfschutz. Äh, ich bin ja auch ein Scharfschutz-Royer. Und jetzt bin ich den Scharfschutz. Und jetzt bin ich auch ein Scharfschutz-Royer. Naja, dann schreien wir mal nicht rum. Schön an der Kante lang. So, jetzt holen wir uns den anderen hier noch. Nein, nicht runter, nicht runter, nein! Ach verdammte Scheiße, hoch, 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 hab ich ein Schwein. Ich hab mal hier ruckelt. Wer ballert denn hier andauernd? Warte mal, hier drüben. Ach, da sind die zwei Herrunken. Hm. Warte mal, hier drüben. Sind aber immer noch Wege da. Hallo? Ich geh lieber in den Hocken. Ich leg mich lieber in den Ziehen. Ich rutsch mal jetzt hier runter. Warte. Ah, das ging ja richtig gut. Aber ich wollte doch noch. Ach verdammt der Mist. Ich wollte doch noch mal den Punkt da holen. Ich bin auch eine Tröllendrüsel. So absprechen könnte ich jetzt schon, aber das mach ich noch nicht. Toll. Wie komm ich da jetzt wieder zurück? Ach, das ist doch Mist. Doch da unten komm ich lang. Erst mal, die Wacken. Hallo Mutti Dann hat sie bloß 342 Dollar dabei Geilsknochen Mann, was mache ich denn? Mann, ich habe keine Schuss mehr Ja genau, ich klicke in der Betonmauer und der trifft mich Ja, ne, ist klar, meine Oma tanzt wirklich mit ihr So ein Schwachfurz, ey Oh, das ist ja nur wirklich Quatsch, ey Habt ihr diese riesen Betonmauer gesehen und der trifft mich? Ey, man, das kann ja nur wirklich, das ist ja nur wirklich Mist Na, er muss ich den Typen treffen Er muss ich ihn finden Dann war ich den Typen Dann war ich den Typen Hmm. Genau. Ich sehe ihn nicht, kann ihn noch nicht treffen, aber er sieht mich. Naja. Ich würde sagen, wir machen beim nächsten Mal weiter. Haut rein. Tschüss.